Weiter im Text mit The Walking Dead. What the hell? Ich habe einen von diesen alten nuklearen Fallout-Shelters. Schau an das alles. Es ist genug, um die Menschen für Monate zu leben zu lassen. Ich wundere, ob jemand hier hier leben kann. Wo bist du denn? Wer bist du denn? Ich will keine Probleme. Ich könnte dir das gleiche fragen. Ich könnte dich auch fragen, was machst du in meinem Haus? Du hast uns überrascht. Und ich bin derjenige, der die Schraube hält. Also ich werde dich wieder fragen. Wer bist du? Osara hat dich verraten, Leute. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht verlassen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht und sie finden, dass wir hier drin sind. Sind Sie von Crawford? Sie leiden mir nicht. Ich weiß. Woher kann er von? Alle anderen rundherum ist tot. Ich denke, dass du das nicht verraten kannst. Ich kam hier mit einem kleinen Grupp, um ein Boot zu finden. Ich will einfach raus. Wie geht es dir? Und du bist hässlich. Egal, was sie gesagt hat. Wir sind hier, direkt unter ihren Fuß. Verdammt. Ich bin sorry. Ich kann mich nicht verraten. Du verratenst mich, mein Mann? Weil du nicht magst, wie das geht. Aber die Schraube-Bedass-Version. Er ist blödsinnig. Du denkst so? Äh... Los, schieß auf mich. Ich sag mal, fang sie mit meinem Nasenflügel. Zack! Und zerquetsch sie. Und... Jetzt leben wir sie. Ich... Mein Gott. Vernon, was hast du getan? Jetzt sag mir. Wer in der Hölle seid ihr, Leute? Du sagst, du bist nicht von Crawford, aber du bist sicher wie das. Ich glaube, du musst nur meine Worte nehmen. Wer in der Hölle seid ihr, Leute? Warum sollten wir dir nichts sagen? Weil ich jetzt bin derjenige, der die Schraube hält. Start zu sprechen. Was? Sprich! Rede! Wir sind von Crawford. Oder waren. Wir kamen aus da, als sie das Ort begonnen haben. Wir begannen die Krankheit, die alten. Damit ihre perfekte Überzeugung der Gesellschaft nicht gefährdet werden. Kein Raum für Schwierigkeiten oder Wunschwürdigkeit in ihrer kleinen Mester-Race. Du siehst nicht so alt. Also... Du bist krank? Mein Freund hier fragte dir eine Frage. Ohohohohoho. Komm schon, genug Badass-Action hier. Ich gehöre zu einer Kanzer-Survivorsgruppe, die hier in der Krankenhäuser befindet. Jetzt sind wir in Rehabilitation. Aber das war nicht gut genug. Oh, er krebs. Sie haben uns bereits fünf von uns gesammelt, bevor wir hier in der Hölle gesammelt haben. Was ist das? Der Morgue? Ja. Die Ironie ist immer auf meiner Liste, wenn ich einen Ort zu suchen, um ein Ort zu überleben. Nun, ich weiß nicht, ob du eine Schraube hast oder nicht. Ich will wissen, wie du deinen Weg nach unten gefunden hast. Wir suchen ein Boot. Das ist nicht wichtig. Walkers. Einfach nur Walkers. Wir waren ehrlich? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir zeigen Schwäche. Los. Den Badass-Brick. Setz ihn auf. Setz ihn auf. Setz ihn auf. Die Schrauben sind wie ein Schrauben. Er hat keine Chance, um seinen Weg zurück zu finden, ohne einen Geist. Du kannst nicht hier rauskommen. Aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Zwei von unserer Gruppe sind sick. Wir haben eine konstante Klinik. Und ich bin der einzige Doktor hier. Außerdem, warum sollten wir dir helfen? Wir können dir helfen. Wir können dir helfen. Wir haben eine Medizin. Lieb. Wenn du nicht töst... Ich... Ich... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich wollte eigentlich mit Clementine antworten. Du Scheiße. Was wird es sein? Du Scheiße! Entschuldigung. Das ist wie gesagt. Wir haben alle unsere eigenen Probleme. Alles klar, Brie. Ich zeige dir den Weg zurück zu deinen Menschen. Und dann hoffe ich, dass ich dich nie wieder sehen werde. Wie die mich hassen. Ach du Scheiße sind wir. Und jetzt kuscheln die. Ich will auch kuschelt werden. Geknuddelt. Und ich will deine Haare haben. Die sehen ja schön aus. Oh, die ist krank. Scheiße, ey. Hab ich die alten Leute voll aufgemischt, ey. Aber die brauchten das. Bisschen Action. Bisschen Action. Ist ja sonst langweilig. Friede, Freude, Eierkuchen und so. Zombies und so. Den hat so ein Liegefeld. Errungenschaft freigeschaltet. Support Group. Die mich hasst. 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 Clementine? Clem? Oh, wir sind schon zurück. Die untersucht natürlich wieder alles. Ah, du Scheiße. Molly? Molly. Oh, hey. You made it back. Holy moly. He didn't tell you about me? I'm the one who saved his ass back at the river. Who's the fossil? No, du bist mein. Where's Clementine? He's the doctor. What were you doing? Err, let's doctor. This is Vernon. He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. Not by choice, I can assure you. I think you have something that belongs to me. Oh, oh, ich dachte. Was denn? Oh, ja. Hier kannst du wieder haben. Hab ich nur ein paar Köpfe mit eingeschlagen. Könnte noch ein bisschen Gehirn dran kleben. Kannst du ja kochen, wenn du willst. Nun, Vorschläge. Hm. Lee. Thank God you're back. Christa, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Okay, was geht jetzt ab? Der wird sich doch 100% gleich in einen Zombie verwandeln. Den Arzt fressen. Und dich. Dich wird sie auch fressen. Er ist Omid. You're gonna be alright. Lee brought a doctor. Alright, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. So. Clementine. Clementine? Okay, Clementine. Wo ist Clementine? Die Clementine ist bestimmt irgendwo da unten. Aber wir gucken jetzt einfach mal hier im Zimmer. Clementine. Du hörst? Clementine? Ach, klopf nicht an. Geh einfach rein. Clem? Ach, ne. Muss ich jetzt... Oh, nein. Ich muss alles untersuchen. Jetzt hab ich ein Bäuerchen gemacht. Oh. Ah, sorry. Mein Gott. Clementine kann sich... Die kann auch Wuffi spielen. Die kann Hund spielen. Die kann sich schon... Durchbeißen. Boah, ich dachte schon... Boah, ich dachte schon... Oh, du weißt. Just... Just... You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Holy moly. Where is Clementine? Don't ask me. Kenny, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Oh, 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 yes. Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with them. Why don't you go bug them? Kenny hat sie gegessen. Ich weiß nicht warum, aber ich hab das Gefühl, dass Kenny sie gegessen hat. Und guck mal, hier sind überall Kratzer. Sollen wir einfach so draufhauen? Einfach so? Ja? Nein? Keine gute Idee. Wir werden sterben. Ja, ihr habt wahrscheinlich recht. Ihr habt mehr Ahnung mit Frauen. So, ähm... Gehen wir mal da durch. Gehen wir mal da durch. Das ist cool. So. Wo kommen wir hier hin? In den Flur wieder. Gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Die Musik macht Druck. Moment. Aha! Clementine? Du? Du bist da da? Du? 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 Clementine? Na, da drin ist es bestimmt auch nicht. Moment. Wir gehen ins... Wie kann... Ah, da ist die Treppe. Sorry. Ich bin kurzsichtig. So... Clementine! Komm raus! Please! Hmm... Genie? 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 Oh, hey! Du hast es zurück. Good job. Good job! What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where did you get the bottle? Found it. Give me the bottle. Because I fight better when I'm shitfaced. Kenny, bleib ganz frei. Bleib ganz frei. Okay? Dann kriegst du auch die ganze Zeit. The hell with you! Getting wasted is not gonna help anyone. Oh, nein. Yeah? Well, what is? We are fucked! Oh, nein. Du bist betrunken, Kenny. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink. Clementine! Where are you? Have either of you seen Clementine? Perfekt. Die haben aus Clementine den Alkohol hergestellt. Das muss es sein. Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse, and Christa asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic, and things got kinda crazy. Where is she? We must just do it. What else could I do? Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Ma'am, will you get off my back? She's fine out there. She better be on your ass. Clementine! Die ist draußen spielen. Und da war ja diese mysteriöse Figur. Clementine! Clementine! Oh, scheiße. Vielleicht spielt sie mit dem Hund. Oh. So. Moment, Moment, Moment. Da... Nein, nein, nein. Da gucken wir jetzt nicht nach. Da bestimmt auch nicht. Schaufel, Hundi... Da ist sie drin. Da ist sie drin. Das ist hundertprozentig. Da wüsst ihr jetzt nicht, wo... Nein? Was zum... Wo steckt sie dann? Dum 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 dum. Hier drin. Die Tür sind in Halt. Ich glaube nicht, dass niemand von dort in kam. Was? Oh! Hahaha. Oh, oh. Wer könnte es noch gewesen sein? Irgendwieder. Irgendjemand wurde wieder da eingesperrt. Irgendein Zombie. Lee! Hey, girl. I told you not one of what... Was hast du gemacht? What were you doing in there? Exploring. And look. Look what I found. Essen. Bitte essen. Egal was. Essen. Cheeseburger oder so. Wie ist er überhaupt da reingekommen? Was ist da? Ein... Porsche? Ferrari. Ich kenn mich nicht so aus. Holy shit, natürlich. Holy shit. Okay, wir haben ein Boot. Super. Na, Kenny. Da siehste mal. Da grenzt er. Nicht schlecht. Jetzt können wir angeln gehen. Super. Supi. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie da hinbekommen. Ah. Alles klar. Tepsel, Tepsel, Tepsel. Tepsel, Tepsel, Tepsel tipsel tipsel. Tepsel, Tepsel. Hallo, Mr. Arzt. Hast du die Beine gegessen oder so? Höh. Oh, die Moly Angst. Du stehst mich mit dir als Payment, um deine Arten zu retten. Ich denke, das ist fair genug, nicht wahr? Puh, aber mich hast du nicht gerettet. Hä? Mich hast du den Trick geschmissen. Willst du die guten oder die schlechten? Keinen Treibstoff. Ähm, ich, 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 die schlechten natürlich. Zuerst. Die schlechte Neues ist, sie hat uns nicht in die Form, in der sie jetzt in. Der Gas-Tank ist öfter und die Batterie ist tot. Also was ist die gute Neues? Das ist es. Das ist alles, was sie braucht. Ein Gas und eine Batterie. Außer das, sie ist gut zu gehen. Wie müssen wir diese Sachen bekommen? Wir müssen die Straßen suchen. Das wird nicht funktionieren. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try them. Das hatte ich auch zur Auswahl. Nur so. Als Info. Leute. Oh, jetzt rappt sie auch noch. Mhm. 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 Und wir haben auch nicht so viele Kinder mit öfteren Armeln. Was für das für ein Ort sprechen wir hier? Das Schlimmste? Aber ich sehe nicht, welche andere Wahl wir haben. Und wie genau das machen wir das machen? Weil, von dem was ich gehört habe, wir nehmen, was wir vorher brauchen. Wir schlägen uns rein. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Ne, Moment. Wie ein Eichhörnchen im Käseparadies. Ja, das ist gut. So. Ne Map. Habe ich echt eine? Ach ja, im Zug war das doch, ne? Genau. Ich denke, ich könnte uns durchleiten, damit wir unter den Perimeter und direkt in den Zentrum, wo sie die Suppe haben. Ja. Wir kommen direkt unter ihnen, nehmen sie mit Überraschung, nehmen sie was wir brauchen, und rauskommen, bevor sie sie überhaupt wissen, was sie hat. Das ist eigentlich nicht die schlimmste Idee, die ich schon gehört habe. Ich meine, es ist nahe, aber ich weiß nicht. Vielleicht könnte es funktionieren. Ich habe schon über das gedacht, fast wie Kenny. Nur schlechter. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten, könnten wir es ausziehen. Und was möchtest du für all diese Hilfe, die du uns gegeben hast? Crawford hat nicht nur das, was du für dein Boot brauchst. Sie sind auch gut mit Medikamenten. Medizin, die meine Leute nutzen können, wie du es können. Wir können das tun. Wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Also. Wir gehen nach Crawford. Wir machen das. Ja. Ich weiß es. Ja, wir können. Oh. Ach, du halt die Schnorze. Du bist ja ein Schisser. Ich weiß es nicht. Aber ich würde lieber eine Chance machen, etwas zu tun. Und dann nur sitzen da oben und warten, um zu sterben. Das Boot da draußen ist eine Antwort. Du musst nur ein bisschen weiter drücken. Bist du in oder aus? Häh? Los? Sag, ob du in oder out bist. Wir sollten heute Abend gehen. Unter Koffer des Nachts. Ich will, wie meine Leute wissen. Ich gebe dir alle eine Chance, sich zu vorbereiten. Ich werde zurück, vor der Nacht. Sei vorsichtig. Das ist so, dass ich immer noch leben bin. Ich will nicht, dass du in deinem Raum stehst. Wie lange hast du da gewesen? Es wird gefährlich sein? Ja, was wird gefährlich sein? Crawford. Ja, es wird gefährlich sein. Ja, es wird gefährlich sein. Aber es ist der einzige Weg, die wir brauchen, um Omi besser zu machen. Und das Boot zu arbeiten. Deswegen müssen wir das tun. Verstehst du das? Ich will nicht, jemand anderes zu sterben. Okay. Aber wir müssen das Risiko nehmen, weil es nur so gefährlich ist, nicht zu. Ja. So ist es Clementine. Das ist die harte Wahrheit. Ja. Ja. Sag was jetzt? Du hast gesagt, du brauchst uns alle, um das zu tun. Und du hast gesagt, ich bin eine große Hilfe. Erinnerst du? Ich habe nur gesagt, Crawford ist das einzige Ort in Savannah, das noch Menschen hat. Das bedeutet, dass es wo meine Mutter und Vater sind. Genau? Sondern? Du bist immer zu nahe. Woher ich gehe, ist es zu gefährlich. Für Kinder besonders. Du sagst, ich muss immer nahe dich zu dir bleiben. Kann ich mit dir kommen? Doch, 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 ich will, aber die Entscheidungen lassen mich nicht. Clementine, die Entscheidungen... Ja, natürlich kann sie mit. Okay, du kannst kommen. Aber du musst dir sagen, dass du kalt bist. Und du machst genau, was du dir gesagt hast, die ganze Zeit, dass wir da sind. Okay, ich werde bereit sein. Ich will einen Schnitt machen. So. Haben wir uns das alle getroffen? Zum Grälen, hoffentlich. Nein, wir gehen schon los. Oh nein, das ist schon die Karte. Oh, private Sache. Oh. Und du hast dich in Molly verliebt, ja? Kann das sein? So, wir werden ein Kapazitätsproblem haben. Beide dieser Größe haben nicht mehr als fünf Leute. Selbst mit einem von ihnen ein Kind. Ich, du, Clem, Christa, Omi, Ben, Molly? Assuming, dass alle, dass sie wieder lebenswürdig sind, ist das noch eine zu viele. Selbst wenn wir Molly losküren. Bevor das Ende ist, müssen wir eine Entscheidung machen. Oh, fuck. Du kannst einfach sein Schnurrbart aus... Oh nein, wir haben noch mehr. Gott, der kann einfach sein Schnurrbart abrasieren. Das ist schlimm, aber was da alles drin ist, das wiegt bestimmt 60 Kilo. Oh, der more, the more, the better. Ah, brauchen sie nicht. Sieht mich auch duft angemacht. Ha, die Assassinen. Alles klar. Gut. Das ist ein Abwort, aber das ist... Willst du, dass ich meinen Freund raushole? Willst du das? Von was es wert ist, ich glaube, es ist auch eine gute Idee. Sie kommt. Geh mit es. Du hast den Mann gehört. Okay, dann. Geh mit uns. So. Omid braucht keine Hilfe. Er braucht nur Ruhe. Oh, wir haben eine Angst. Wie in Assassin's Creed 3, was im Wald daraus kommen wird. Alles klar. Brr, brr, brr. Spiegelt hier die ganze Zeit irgendetwas? Alles klar. Jetzt hat es gespeichert. Und im nächsten Part geht es dann richtig los hier mit irgendwelchen Gewalttaten und einige müssen sterben, weil wir haben nicht genug Platz auf dem Bötchen. Na, wer wohl sterben wird? Ich hoffe mal alle, außer Clemens und Kennys, schnubbert. Oder so. Bis zum nächsten Mal.